Und ich hoffe, ich komme ein bisschen weiter als die letzten Mal, weil letztes Mal habe ich richtig gefällt, weil eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht. Na! Bin ich ja gar nicht so schlecht! Hehehehe! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... ...Dragon Escape, genau. Und wir spielen Dragon Escape. Bin ich schlecht. Einfach immer passieren mit dieser Fehler, aber egal. Jumper nehmen wir schnell. Und dann werden wir mal schauen, ob wir dieses Ding reißen können. Wir spielen natürlich Dragon Escape, wer es nicht gesehen hat. Und es fängt an. So, und auch wir spielen auf der guten Map und ich wusste leider nicht, was ich heute für einen Spielmodus machen wollte. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ach komm, Dragon Escape geht immer. So, und ich hoffe, ich komme ein bisschen weiter als die letzten Mal, weil... Letztes Mal habe ich richtig gefällt, weil eigentlich... ...bin ich ja gar nicht so schlecht. Na! Bin ich ja gar nicht so schlecht! Hehehehe! Oh nein! Schon wieder richtig gefällt! Freunde, ich verspreche euch, die nächste Runde, die nächste Runde wird gut. Die nächste Runde wird gut. Und ich werde das wirklich nicht so schneiden, dass ich gut bin. Nein, ich werde, ich werde, ähm, probieren, wirklich die nächste Runde gut zu sein. Und werde das dann auch nicht wegschneiden, damit ihr seht, so real shit bleiben und so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach der Explosion wieder. Bis gleich! Und da bin ich wieder. Und, äh, was ich vorhin noch ansprechen wollte, ist... Ich weiß nicht mehr, doch, äh, es hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich Facecam machen soll. Jetzt! Und, äh, leider kann ich jetzt doch gerade nicht, weil, äh, die Facecam ist noch nicht angekommen. Und das wird sich wahrscheinlich ein bisschen verzögern, bis mein Mikrofon und das Zeugs angekommen ist, weil ich irgendwie jetzt anders bezahlen muss, das Zeugs. Aber, Freunde, das wird alles ankommen. Ja, das wird alles ankommen und ich hoffe, dann wird das Zeugs auch gut funktionieren. Also wegen ein, zwei Tagen werden wir uns hier nicht aufregen, oder? Nein, nein. Das wird dann alles schon klappen und, ja, dann kann ich auch die Facecam gerade richtig benutzen, dies, das. Und, ja, ich, also, vielleicht werde ich sie nicht gerade am ersten Tag benutzen. Ich muss dann so ein bisschen mit der Anstellung rumpfeilen und ein bisschen schauen, wie man das so macht. Ja, nein, oh, fängt schon an. Ähm, und wie gesagt, diese Runde will ich mal fetzen. Weil, äh, letzte Runde war richtig kacke, 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 kacke. So, und auf jeden Fall, äh, ist einer mir am Arsch, der Sack. Boah, hörst du hier? Nein, was? Warum bin ich? Was? Nein, bitte, Freunde. Nein, nein, ich bin, Leute, schaut, ich, ich mach jetzt hier weiter. Ist mir egal, ob das jetzt nicht mehr legit ist, ich mach da einfach weiter, wartet. Wartet jetzt, wartet jetzt, ich bin wirklich ein guter Laden eigentlich, so. Ich mach, schaut jetzt hier, schaut jetzt hier, wie, wie gut ich eigentlich bin. Oh, oh, oh. Schaut mal, schau, ich kann, ich kann das, ich kann das. Eigentlich kann ich das wirklich irgendwie. Aber, kein Plan, warum ich in den Aufnahmen nicht so gut bin. Also in den richtigen Aufnahmen hier. Also in den richtigen Aufnahmen. Wie ihr seht hier, ich bin, oh, ja, das hab ich euch gefällt. Aber wartet, ich mach jetzt einfach mal weiter. Einfach mal so. Oh, was? Nur Vorführer-Effekt, Vorführer-Effekt ist, was? Hä? Ich hab den noch eh mal geschafft bisher. Wartet. Ja, ja, jetzt, schaut, schaut, schaut. Oh, jetzt gibt's den übelsten Run. Ah, das Spiel ist zu Ende. Das Spiel ist zu Ende. Fuck, fuck, fuck. Der, 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 der Sprung, der Sprung ist richtig schwer. Aber in der nächsten Runde werde ich jetzt ein bisschen besser sein. Wartet jetzt. Ich, äh, mach jetzt gar keinen Cut. Oder soll ich doch einen Cut machen? Doch, ich mach schnell, ich mach, doch, wartet. Ich will noch schnell, dass hier die Zeit da angezeigt wird. Und dann mach ich schnell eine Explosion wieder. Und ja. Die Explosion auf jeden Fall richtig kreativ. Gar nicht von ungespielt geklaut oder so. Äh, wer ist ungespielt? Ja, also, nein. Ich kann dieses Argument irgendwie nicht bringen. Warum? Warum, Iron Man? Warum? Und warum hast du ein grün, ein blaues Ding, das Dreieck? Ist das blau? Ist ja blau vielleicht die Energie, die er daraus bezieht. Ich weiß nicht. Ja. Ach, komm. Ach, komm, Iron Man. Geh weg. Komm. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So. Auf jeden Fall. Warte ich jetzt. Bis der Player startet. Nein. Also, auf jeden Fall sehen wir uns dann, gerade wenn das Spiel wieder anfängt. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Das war eine krüppelige Explosion. Also, die zweite hier, die ihr gesehen habt. Und auf jeden Fall fängt das Spiel wieder an. So. Und hier habe ich einen getroffen, der auch aufnimmt. Ich glaube, der Iron Man, den ich vorhin beschimpft habe wegen seinem Dienst. Okay. Ich will jetzt gewinnen. Ich will jetzt gewinnen. Ich will jetzt wirklich mal gewinnen. Ich habe es ja, glaube ich, einmal in der Aufnahme, habe ich es dann wirklich ins Ziel geschafft. Genau. Habe ich gedacht. Boah, was, ey. Was, ey. Wasch da los. Wasch da los. Fährt 6.000 Legestütze. Nein. Mach 4. Vielleicht kennt ihr das. Teddy Comedy. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Also, ich habe den jetzt, jetzt in mir richtig, so richtig entdeckt für mich. Ich habe immer gemeint, so, dass du Prime, der macht das irgendwie so selber, diese Kacke. Also, ja, dieses in den Building und so. Ich habe wirklich immer das gedacht, dass der das so selber macht. Aber nein. Das ist der Teddy. Ne? Der Antoine. Der Antoine. Wenn ich das auch nur will. Wenn mein Herz es mir sagt. Oh, yeah. Das war gar nicht schwul. Und meine Stimme. Und meine Stimme auch nicht. So. Und ich freue mich schon, wenn ich dann das neue Mikro... Boah. Ich freue mich schon, wenn ich dann das neue Mikro habe. Dann kann ich nämlich... Dann wird sich meine Stimme nämlich noch geil anhören. Oh, yeah. Sexy bitch. Nein. Nein, nein, nein. Also, sie wird sich dann ein bisschen schöner anhören, natürlich. Äh, ja. Noch schöner. Nein, ich höre jetzt auch mit dem noch schöner. Sie ist nämlich gar nicht so schön, finde ich. Also, sie ist nichts Besonderes jetzt. Wie zum Beispiel... Ich weiß es nicht. Ich könnte es schaffen. Nein. Nein, nein, nein. Nehme mal vor dem Ziel. Nehme mal vor dem Ziel. Ja, egal. Gigi. Nein, Gigi. Nein, nein. Gigi. Nein. So. Der Chat ist immer silenced hier. Ich weiß nicht, warum. Und ich will noch schnell in die Lobby kommen. So. Erster Platz bin ich gekommen. Und ich glaube, wir machen noch so ein, zwei... Boah. Ein, zwei Runden oder so. Und dann... werde ich... richtig gewinnen. Hä? Nein, ich will noch so... Vielleicht eine Runde, die ich dann so ein bisschen gut machen kann. Und dann würde ich einfach mal sagen... sehen wir uns wieder nach einer Explosion. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Und das war wirklich wieder eine krüppelige Explosion. Immer die Zweiten sind so krüppelig. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich weiß es nicht. Meine Stimme ist anders nach einer Explosion. Warum nur? Warum? Werdet ihr später erfahren. So. Äh... Warum wieder Skylands? Ich bin in den Hub gegangen und... Hab da die Lobby gewechselt. Weil die Lobby, die gefiel mir nicht. Nein. Äh... Es ist mir so ein bisschen ein Malheur passiert. Weil... In der letzten Lobby, da habe ich... Wurde ich da auf WhatsApp angeschrieben. Und dann... Ja, dann... Äh... Hat das Spiel angefangen und ich war noch am Schreiben. Naja, super, ne? Naja. WhatsApp-Probleme. First World Problems. Nein! Nein, First World Problems. Nein, ich bin runtergefallen. Das sind auch First World Problems. Return to Playboy Area. Fick dich doch einfach. So. Ich gehe jetzt hier... In den Teich... Ein bisschen chillen. Wartet. In den Teich. Oh. Und da kommt ein Drache. Und macht den Teich kaputt. Nein, so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall gehe ich schnell in den Hub. Und dann, glaube ich, ist das Video auch schon zu Ende. Also, weil... Ja, Gedöns. Ja. Heute nur so ein kurzes Video. Und ich hoffe, euch hat das... Äh... Trotzdem gefallen. Ich weiß... Ihr kurz... Ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Äh... Ich habe gar nichts gezählt. Gar nicht geschaut. Wie lange das... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Auf jeden Fall... Äh... Facecam kommt. Noch nicht sofort. Vielleicht bei Neujahr ungefähr mal. Kommt Facecam auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall weiß ich noch nicht. Aber sie kommt. Facecam kommt. Keine Angst. Also, irgendwann kommt die. Und bessere Mikro... Qualität kommt dann auch. Und mein Setup wird dann geil. Oh, ich freue mich schon. Und... Was gibt es noch sozusagen? Nicht so viel eigentlich. Ich glaube... Das wäre es gewesen für heute. Ah nein, schreibt mir vielleicht da unten wieder in die Kommentare. Wollt ihr mehr Farm-Bild sehen? Weil ich habe in letzter Zeit sehr wenig Farm-Bild gemacht. Äh... Wollt ihr hier Farm-Bild trotzdem sehen? Oder wollt ihr mehr so Minecraft-PVP-Spiele sehen? Schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich einfach sagen... Haut's da rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.